so moin leute es wird mir wieder zeit für einen video auch wenn ich ein bisschen so inaktiv bin und so und motivation dies das habe ich schon früher mal erwähnt also also ja aber ich habe das bei der upperbox erfahren es gibt einen neuen trailer zum sonic film mit einem redesign was man schon bei manchen youtube man bei fangen sehen kann und es sieht so geil aus gibt es noch nicht auf deutsch nur auf englisch aber scheißegal ich will ihn mir reinziehen ich habe bis jetzt aber nur von dem jetzt nur zehn sekunden gesehen und holy shit okay egal wir können uns den doch das sieht so schön aus das sieht viel besser aus oh mein gott dieses dieses süd ist halt sieht einfach viel besser aus als das vorherige alles klar geil ach so gott die szenen haben wir noch mal extra okay ja wahrscheinlich oder sollte die ganzen szenen quasi noch mal gespielt oder oder haben die einfach wirklich nur das redesign gemacht das wird mich auch noch mal interessieren naja egal aber sie sieht so schön aus zwar halt trotzdem immer noch mit den einzelnen augen wir wissen halt wie sony aussehen er hat ja die augen sehen ein bisschen als wäre das gefühlt ein ganzes aber trotzdem zwei aber halt nicht einzeln ich glaube ich muss das nicht extra klären wenn ich was erkläre dann ist das immer dumm irgendwie keine ahnung egal ihr wisst was ich meine und ja aber es muss ja irgendwie der realität ein bisschen angepasst werden und dies und das und ja let's go wow jaja jaja Jim carey und der ein bisschen mehr zu dr eckbuddnak raussticht Boah, er ist weiter rein. Oh, das ist cool. Ja, Alter. Okay, das ist viel besser als im ersten Trailer. Geil. Jetzt bin ich schon ein bisschen halb drauf. Ah, die Szenen kennen wir ja auch schon aus dem ersten Trailer. Ja, Mann, als ob so ein kleines... Alles klar. Oh, das... Geil, 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 geil. Meine Freunde. Let's go! Let's go! Let's go! So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up. Remake-Trailer, weil es ja ein Redesign von Sonic und wir wissen ja alle, wie das vorherige aussieht. Bei dem vorherigen Design musste ich aber eher sagen... Es sieht nicht so... Es sah nicht so scheiße aus, aber jetzt aber auch nicht so, dass man sagen könnte... Ja, das cool ist sein, ist hier eins zu eins getroffen, dies, das und so. Also, ne... Gut, dass man dann doch das Design dann komplett verändert hat und dass es dann so aussieht. Man sieht ja schon, äh, ja, es sind mehr Likes als Dislikes. Ich hab's jetzt auf einem anderen Kanal, weil bei dem, bei dem ersten Trailer oder so, das war, glaube, beim Official Powerment gewesen oder so. Müsste ich dann auch nochmal nachschauen. Aber hab das jetzt so was Spontanes einfach so gefunden, ist auch egal. Aber durch diesen Trailer bin ich schon ein kleines bisschen mehr Hype drauf oder so. War ich auch beim ersten Trailer auch schon. Aber durch den Design, mhm, bisschen zwiegespalten. Aber, hu, 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 also, ja, ich bin schon ein bisschen Hype drauf. Wie gesagt, äh, der Film kommt wahrscheinlich, äh, bei uns dann etwas später erstmal raus. Die Amis bekommt ihn dann, ähm, äh, was war's nochmal, 14. Februar? Ich hab's schon vergessen. Steht da irgendwas da? Ne, 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 ne. Naja, okay, ist, ist auch egal. Ist auch egal. Der Trailer hat mir auf jeden Fall gefallen. Und, ähm, ja, auch gerne Meinungen unter den Kommentaren oder so, wie ihr denn so findet, wenn ihr euch schon den Trailer schon gegeben habt. Laut der Aufnahme, die ich gemacht habe oder so, ist der erst seit, sagen wir mal so, zwei Stunden. Ah, nee, da, oh, nee, hier, da ist ja auch hier official. Warte mal, da will ich gar ganz kurz mal reinschauen. Nur von den Likes her. Ja, das sieht schon stabiler aus. Gebt mir hier auch schon mal ein Like dafür, schon mal perfekt. Und, ja, ich will jetzt nicht so krass in die Länge ziehen. Ich bin auf jeden Fall halb drauf, habe ich jetzt gefühlt schon zum 5. Mal gesagt. Ähm, ja. Können da gerne noch unten drunter schreiben, wie, wie es hier, ähm, so verhandelt und so. Und, ähm, ja. War eine spontane Reaction jetzt, weil ich es erst aus meiner Abobox erfahren habe. Und, ja, hat sich gut für mich eingeboden. So, äh, spontan. Und, äh, ja. Würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann mal, wenn ich mal wieder Lust habe auf dem Video. Ähm, oder streamen. Je nachdem. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und, macht's gut. Und, ciao. Ähm, es geht doch noch weiter. Ich hab jetzt doch herausgefunden, beziehungsweise hab direkt nochmal nachgeschaut. Es gibt doch einen deutschen Trailer. Also, schauen wir uns den nochmal an. Nur halt auf Deutsch. Um mal zu sehen, wie die Synchro schon mal ist. Also, ne, vergess das alles. Äh, ich füge das quasi als Eins. Also, da haben wir quasi zweimal denselben Trailer gesehen. Nur einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Na gut. Da ich eh so der Englisch nur bin und nur Grundenglisch, ähm, Grundenglische Skills hab. Skills. Ja, schauen wir uns jetzt uns den nochmal auf Deutsch an. Auf Al-Malisch. Let's go, der Hase. Blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Warte mal. Chu? Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß eines Stromers von dem Gesamten noch. Als ob... Als ob... Als ob... Als ob Jude in Sonic spricht. Also, Julian Ben, ist ja klar. What? Wer ist die Frau gesagt? Wer ist da? Waaaaaah! Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Gut morgen, meine... Erstens... Okay, cool irgendwie. Und zweitens... Warum? Ich weiß nicht, ob das so... Passt, diese Stimme? Ich weiß nicht. No hate... An Jude und so. Der macht geilen Content und so. Es ist okay. Aber... Keine Ahnung, das hört sich komisch an. No hate, aber das hört sich komisch an. Ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Aber die deutsche Stimme von James Carey ist wieder anwesend. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Die typische deutsche Synchro-Stimme, die wir kennen. Und vielleicht sogar auch lieben. Stopp, tut ihm nicht weh. Voll auf die Zwölf. Julian Ben spricht Sonic. Wieso passiert mir das? Ja, der Gutschkeitspaktor ist mir egal. Ich lasse es so drinnen. Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt. Dem es wird ansehen. Nein, das hier ist kein lustiger Familienauszug. Na, hast recht, war ich lame. Der Designershop war aber cool. Was zum Fick? 2020. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Das ist jetzt dumm, dass der Künzki jetzt ein bisschen rumsparkert, aber ist mir egal. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Oh, das Ding ist ja süß. Das ist gut für dich, oder? Oh, das Ding ist ja süß, oder? Oh, das Ding ist ja süß. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf? Doch, aber dann geht die Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wieso durfst du dein Leben für dieses dumme Kleine etwas weg? Er ist mein Freund. Das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du da rauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit und jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, hä? Blablabla, blablabla. Entschuldigung, darf ich mal kurz? Bier, danke. Sonic the Hedgehog. So, du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Der Hund. Ist ja eklig. Am Februar im Kino. Ach, also auch am Februar. Also auch am Februar. Auch in Deutsch. Okay. Ich weiß nicht, was ich da zu finden soll. Das ist komisch. Irgendwie. Wie gesagt, nichts gegen Joe. Ich habe das Gefühl schon wieder 10.000 Mal wiederholt. Aber, ey. Das ist komisch. Ich weiß. Hey, Jay Jay gar nichts mehr. Hey. Hey, hey. 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 Ja, gut. Ja, gut. Gut, dass ich mit den deutschen Trailer noch mal geschaut habe. Wie gesagt, ich habe das jetzt alles zusammengefühlt, wie ich mit den Trailer gegeben habe. Und jetzt hier noch mal den deutschen... Ja, ich finde beide cool. Ich komme als immer noch nicht drauf klar, dass das einfach, dass das einfach Ju ist. Ja, moin. Ja, gut, aber, ja. Aber jetzt wirklich, macht's gut und ciao und irgendwann bis zum nächsten Mal. Wuhu!